Hey Kinders, was geht bei euch? Willkommen zum nächsten Overwatch auf Mirage. Ich würde gerade sagen, da passiert aber viel. Er hat ein bisschen gebraucht fürs Einkaufen. Noch einen Diffuser gekauft, gut, ist wichtig natürlich, ja. Alles noch... Ich würde gerade sagen, alles noch im Rahmen. Headshot mit der Deagle, ihr wisst, wie die Deagle so funktionieren kann. Was für sicke Shots man damit manchmal macht, das scheint grundsätzlich nicht normal zu sein. Deswegen will ich jetzt diesen einen Schuss nicht großartig mit einbeziehen. Wir gucken mal, was er so macht. Ich mache gleich ein bisschen langsam, einfach nur um zu schauen, wie das Crosshair sich vielleicht bewegt. Gar nicht, okay. Er wechselt den Spot. Hat aber scheinbar nicht angesagt, weil alle irgendwo hindödeln. Obwohl, das sind... Okay, ganz schön vier auf A. Der Headshot war ganz schön krass. Wobei mir sowas auch schon gelungen ist. Also in dem Flick einfach da auf die Rübe zu holzen. Das sieht sicherlich... Kann merkwürdig aussehen. Der war eigentlich auch ziemlich normal. Er aimt irgendwie... Gerade eben dieses... Er zoomt ein und zieht erstmal drüber. Ich weiß nicht... Ich würde sagen, das geht eher Richtung Node-Sheet. Aber... Nö, nichts aber. Im Moment ist es doch noch passend. Der Letzte ist da hinten. Vor den Apartments. Ich kann jetzt hier gar nicht durchschalten. Ich wollte gerade sagen, mal schauen, was die Mates so machen. Oh, der Kollege wurde schon gekillt. Vielleicht... Vielleicht kommt... Oh, und der andere Kollege bringt den... Okay, ich wollte gerade sagen, vielleicht macht er jetzt noch mit. Und er macht tatsächlich mit. Ich nehme an, sie haben sich abgesprochen, dass er hinten rum gehen soll. Genau, beziehungsweise er eben die Bombe beschützt. Was schon mal ein recht sinnvolles Verhalten ist, würde ich ganz klar sagen. Daran merkt man, dass wir jetzt nicht auf dieser Ultra-Ultra-Hardcore-Low-Elo sind, wo die beiden letzten... Beziehungsweise einfach reinrennen, um ihn zu holen. Er rechnet jetzt ja auch mit ihm, was auch vollkommen klar geht. Mal gucken. Mich würde es halt jetzt interessieren, ob er... Gerade eben, als man ihn hier gesehen hat, ist er kurz nach links gezuckt. Als hätte er ihn durch die Wand gesehen. Also, er hat kurz reagiert. Ich würde sehr gerne nochmal zurückspulen, kann ich aber nicht. Er hat ganz kurz reagiert. Es schien zumindest so, aber es könnte auch eine zufällige Bewegung gewesen sein. Jetzt passt genau auf, er kann nicht wissen, dass er da unten ist. Also, soweit rechts. Aber natürlich ist es in Ordnung, wenn man dann wieder zurückgeht und er nach rechts schaut. Ich würde sagen, es könnte an und für sich einfach ein guter Spieler sein, aber es waren jetzt auch zwei oder drei Shots dabei, wo man sich dachte... Aber ich bin mir jetzt auf jeden Fall noch nicht sicher, ihn da irgendwas überführt zu haben. Wo sind diese ganz klaren Fälle hin, die wir so oft hatten? Sind wir jetzt vielleicht in so einem hohen Overwatch-Rank, dass die Overwatches, die wir bekommen, einfach nochmal einen Ticken schwieriger sind. Dass wir die bekommen, die vielleicht zum 80. Mal durchgelaufen sind. Ich weiß es nicht. Also, die T's gehen alle B. Er ist hier ganz alleine auf A. Ich denke, jetzt wurde er angesagt. Oh Leute, Steps, Apartments, kommt alle her. Jetzt schiebt er mal rüber. Durch den... Durch Kichon. Er hat das Holz kaputt geschossen, nehme ich an, und nicht auf den da hinten. Er spielt auch recht... Er spielt auch irgendwie recht vorsichtig. Es passt schon zum Profil. Da hat man jetzt den Lauf gesehen und den Schuss. Also, er wartet zu Recht auf den. Aber dieses Draufflicken ist dann schon echt ziemlich krass. Entweder ist er AWP Main. Also, es geht auf jeden Fall. Ich mache sowas auch öfter, aber... Wir sind da immerhin in... In einem Overwatch, wobei das auch nichts zu sagen hat. Gerade deswegen wird man ja reported. Weil die Leute meinen... Üh! Aber man muss ihm auf jeden Fall eins zulasten. Und zwar hat er ein echt behindertes Crosshair Placement. Er guckt irgendwie grundsätzlich so nach vorne auf den Boden. Das ist schon haarig. Hat er jetzt gewusst, dass da oben zwei stehen? Hat er dann doch tatsächlich vielleicht einen Wallhack am Start? Oder hat man die... Wir haben einen... Wir hatten einen Short- beziehungsweise Window-Spieler. Das heißt, er hat die höchstwahrscheinlich gesehen und angesagt. Ja, Wallhack. Diese Headshots, die manchmal reingehen, sehen halt so krass aus. So, zuck! Aber das wiederum... Man... Man wartet bei einem Overwatch halt einfach drauf. Nur so von wegen... Macht der Headshots! Ah, der macht Headshots! Cheater! Gerade eben war so ein bisschen auf ihm drauf. Die letzten... Oh, da unten ist auch noch einer. Ich hab grad gar nicht hingeguckt, was er jetzt gemacht hat. Da sind zwei im gleichen Ding. Dann schmeißt er die Flash hin. Oh! Also ich glaube, da ist doch ein Wallhack am Start. Und der hat das gesehen? Ich glaube nicht, dass er mal da was gehört hat, weil auch sein Maid gerannt ist und direkt neben ihm. Also er weiß so ein bisschen, wo die Gegner sind. Bei Short ist auch noch einer, den er abahmt. Kleinen kann man auch erwarten. Aber ich denke, er hat hier auch vorhin durch das Wackeln gezeigt, dass er einen Wallhack hat. Und wahrscheinlich hat er dann auch noch zusätzlich. Wenn man dann schon eine Sache gefunden hat, glaubt man eigentlich, dass er das nächste auch hat. Auch noch ein Aim-Bot. Beziehungsweise eine Aim-Unterstützung. Eine Aim-Unterstützung. Es gibt da ja so viele verschiedene Aim-Unterstützungen, dass man... Oder ihr seid doch sicherlich, würdet ihr auch sagen, ja doch, Wallhack könnte man jetzt confirmed haben. Vorhin dieser Wackler hier und gerade eben die Situation, dass er hoch in Apartments guckt. Er schmeißt auch die Flash in der ziemlichen Sicherheit, obwohl er ja gar nicht genau weiß, ob er nicht plötzlich gesehen wird. Und dann kommt er, läuft ja Richtung White Car und in dem Moment geht auch der Tee runter, den er nicht sehen kann und wahrscheinlich auch nicht hören kann und der aimt dann schon mal dahin. Ich denke, da ist was im Busch. Wobei man natürlich, man muss auch sagen, in dem Moment, wenn du rausgehst und rechts neben dir Richtung Apartments eh die Steine sind, dann aimt man natürlich auf White Car. Also das sollte man, äh, oder halt auf Car. Das sollte man in dem Fall auch nicht vergessen. Aber auch vorhin durch den Wackler und, ähm, ja, durch diverse Kleinigkeiten würde ich vielleicht dann doch eher zum, zum Wallhack hin tendieren. Er geht hier zum Beispiel auch total easy vor. Gerade eben hat er die ganze Zeit gewartet, als sie sehr close waren. Sie gehen zurück, auf einmal geht er vor. Da über ihm ist einer, der springt da hinweg. Und auch dieses Fadenkreuz, wie es manchmal dann wackelt. Also ich, ich fühle auch manchmal wackele. Ich wisst ihr noch, in einem, in einem Livestream haben meine Mates den Gegnern geschrieben, ja, ja, der hat gewackelt, ihr könnt ja reporten. Und ich denke nur, hallo, wollt ihr mich gerade ficken? Aber ich wackele nicht so, so, äh, sondern ich wackele manchmal generell mit dem, mit dem, mit dem Fadenkreuz. Klar, so, so sieht auch manchmal der Aim-Unterstützung aus, wenn man sich hin und her zappelt. Aber er ist ruhig, aimt auf den Boden und zieht dann so nach... Da, das ist gerade eben, das war ein Locker... Locker, mein Freund! Gut, ich denke, wir haben es confirmed, das ist ein, äh, aim-unterstützender Wallhacker. Jetzt werde ich noch das Alter und das Geschlecht bestimmen. Also ich habe schon erkannt, das ist ein, es ist ein Mann, ein, ein, ein junger Mann. Wir gucken uns mal das Alter an, na, guck mal. The Puffin. Mal gucken, wie wir jetzt den Puffin killt. An so einem Puffin killt kann ich oftmals, ähm, die genauen Tage der verbrachten, äh, Zeit auf der Erde angehen. Äh! Aber Puffin ist nicht da, schade, ich kann nur ungefähr das Ja sagen. Also, wartet mal, es sind, es, es sind alle gegen ihn. Es ist noch, zwar noch ein City da, aber der, oh, der holt gleich den Kellner Apartments. Okay, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall so ein 13-Jähriger. Also schon noch ein Kind. Es ist schon noch ein Kind. Es gibt übrigens, also in Statistiken und heraus, äh, Fundungen, Findungen, und befundene, äh, Grundstücke, Fundstücke wurden ausgewertet. Und es ist tatsächlich so, dass eher junge Leute, also Kinder, cheaten, zu Cheats greifen. Aus verschiedenen Gründen, also vor allem halt eben auch einfach aus dem Grund, ah, ähm, die, die sind besser als ich. Ich, äh, will das aber auch können, deswegen cheaten. Also Kinder haben da nicht diese Schwelle, die vielleicht auch ein Erwachsener einfach hat oder haben sollte, dass man sagt, ja gut, die sind besser als ich, aber das ist halt einfach so. Ich bin schlecht und hin und her. Kinder, ähm, gestehen sich das natürlich sehr ungern ein. Das weiß jeder oder kennt jeder auch von noch etwas kleineren Kindern aus Spiel und Sport, wenn sie dann sowas machen wie ich, kann das besser, weil ich kann das besser hätte. Und dann fangen sie eben an zu cheaten. Das ist vielleicht ein ganz, ganz interessanter Fakt. Ich denke, viele haben sich das schon gedacht. Oh shit, wie sie beide kommen. Alles klar, also es geht jetzt mittlerweile gar nicht mehr offensichtlich. Ja, äh, am Anfang, finde ich, war es noch mittelmäßig unoffensichtlich oder weniger offensichtlich zumindest als jetzt. Ja. Man muss natürlich sagen, dass, oh, der ging nochmal voll in die Fresse. Dass, äh, also ich denke, dass Kinder oftmals nicht die Möglichkeit haben, sich diese guten Schieds zu holen, dann eher diese Rage-Hack-Scheißdinger haben. Und man das dann doch leichter erkennt. Ähm, ja. Oder halt einfach, ja doch Kinder. Ich bleibe bei Kindern einfach jüngere Leute. Aim-Assist, Vision-Assist, Other External Assistance, Griefing. Gut, Leute. Vielen Dank, dass ihr bei diesem Overwatch so extrem zugeschaut habt. Ich weiß, ihr wart an meinen Lippen gehangen und am Gameplay und habt schön mitgeraten. Also, falls euch was aufgefallen ist, schreibt es in die Kommentare. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.